So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Leak. Normalerweise wollte ich bis sieb... Also eine neue Folge Pokémon GO, ganz wichtig. Normalerweise wollte ich bis 17 Uhr warten und wollte da erst dann das Video aufnehmen, damit ich das Ergebnis vom Showcase abholen kann. Aber der Showcase geht heute nicht bis 17 Uhr, bis zum Ende des Sea Days, sondern bis 20 Uhr. Da kann ich nicht warten, da kommt nämlich der zweite Teil der Marke Bauer Schärfe Challenge Premiere bei mir, wo wir die 2 Millionen Scoville Marke Bauer Soße testen. Gebauer, Gebauer, Gebauer. So, heute war Woldilam Sea Day. Classic. Was erwartet man am Woldilam Sea Day? Natürlich Woldilam Showcase. Was gab es wieder mal nicht? Woldilam Showcase. Es gab Shiggy Showcase. Aber letzten Sea Day war das ja auch schon irgendwie verbuggt, dass es auch Shiggy einfach war. Mein Problem war, ich habe kein einziges Shiggy gehabt. Ich war aber schlau. Ich habe mal meine kleinen Accounts durchgeguckt. Da hatten die meisten aber auch keinen Shiggy. Ich habe dann einfach irgendwelche random Shiggy rübergetauscht und kann jetzt voller Stolz sagen, ich habe jetzt 3 Shiggy platziert in Showcases. Die sind alle Platz 1, obwohl die meisten davon richtig grottige Werte haben. Ich habe, wenn ich die setze, habe ich immer so 3 Sterne und Gold. Manchmal habe ich sogar nur 2 Sterne Silber. Das war das erste Mal, dass ein Shiggy nur 1 Stern gekriegt hat bei der Bewertung. Also die müssen wirklich mega schlecht sein. Wenn ich Glück habe, hat kein anderer ein Shiggy oder kriegt das nicht mit oder war das gar nicht auf dem Schirm. Und ich räume trotzdem 3 mal Platz 1 ab. So, habt ihr Showcase gemacht? Habt ihr euch gesetzt? Ihr könnt ja mal euer Ergebnis nach 20 Uhr hier drunter schreiben. Meins werdet ihr wahrscheinlich nie erfahren. So, was haben wir sonst noch? Hier sitzt ja immer, obwohl der Seed Day ja für mich, also die Challenge mit Pupsi schon vorbei ist, möchte ich trotzdem kurz mal das fangen, was hier sitzt. Das kurz alles mal andrücken. Vielleicht ist hier noch ein Showcase. Vielleicht ist hier noch ein Voltilam dabei. Ja, es ist immer schwer sich zu konzentrieren. Normal ist man alleine, aber jetzt ist hier die ganze Stube vollgesetzt. Jetzt das Muttertier sitzt da auf dem Sofa, die Sandra sitzt da auf dem Sofa, Pupsi sitzt da auf dem Sofa, der kleine Pups sitzt da auf dem Sofa. Also es sind so viele Leute. Ich denke bestimmt, was ist das denn für ein großes Sofa? Hallo? Wir fangen das jetzt weg, so wie wir es eigentlich immer wegfangen. Manchmal haben wir Glück, da ist noch ein Shiny dabei. Und genau das gleiche habe ich wahrscheinlich eben schon gesagt. So, wir haben unsere Challenge wieder gemacht. 14 Uhr hat das Seed Day angefangen. Wir haben wieder gespielt. Wer, hier ist ein riesiges, was man ja perfekt in den Showcase setzen kann. Wer kriegt das erste Shiny? Das erste Shiny, die es mal hatte Pupsi. Wir haben gemacht, wer kriegt das letzte Shiny vor 15 Uhr. Also unsere Challenge geht immer eine Stunde von 14 bis 15 Uhr. Da habe ich kurz vor 15 Uhr noch einen Shiny bekommen. Der Sieg war mir sicher. Plötzlich kriegt nach mir Pupsi einen Shiny. Nach ihrem Shiny noch einen Shiny. Die hat einen Back-to-Back-Shiny bekommen. Und damit hat sie auch das letzte gehabt um 15 Uhr rum. Insgesamt hat sie fünf Shinies bekommen. Ich habe mir nachgeguckt. Bei mir müssten es auch fünf sein. Wir gehen mal kurz hier auf Schilland. Gehen mal auf zuletzt gefangen. Dann seht ihr hier fünf Shinies. Das erste, was ich hatte, habe ich auch direkt zu Ampharos durchentwickelt. Das hat jetzt Drachenpuls. Und also die Cedar-Attacke ist aber nicht das höchste vom Level. Doch, es ist sogar das Level höchste. Also war es ganz gut, dass ich das entwickelt habe. Die fünf können wir jetzt mal bewerten. Das hier hat null Sterne. Das hat einen Stern. Null Sterne. Ein Stern. Null Sterne. Ist das gut? Ist das schlecht? Fünf Shinies? Also es gab auf jeden Fall sonst schon mal mehr in der einen Stunde. Es gab aber auch schon mal weniger. In drei Stunden muss man auch berücksichtigen. Ich würde, weil C-Day Viecher sind, ich würde wahrscheinlich eins, das zweithöchste, würde ich jetzt nochmal entwickeln zu Wartil. Zwei wegschmeißen. Ich habe ja Platzmangel. Das ist Free-to-Play-Account Habanero. Der hat ja eigentlich immer nichts. Ich habe Platzmangel. Das heißt, ich würde also jedes Shiny einmal aufheben von der Familie. Erstmal. Aber im Endeffekt, vielleicht fliegen die Alte auch irgendwann weg. Ich habe auf dem Account schon ein Shinies weggeschmissen, die ich nur einmal hatte. Und mache ich eigentlich nicht. Aber komm, hier mache ich es jetzt. Hier feuere ich die mal jetzt weg, dass ich Platz habe. So. Also drei braucht man für die Familie, das passt. Habe ich denn ein viersterniges bekommen? Ich habe noch nicht alles bewertet. Wir gehen mal rein auf vier Sterne. Da ist nichts dabei. Das ist nach Fangdatum sortiert. Die letzten Sachen, die ich bekommen habe, ist hier Julchen. Das war aus einer Feldforschung. Und hier dieses Draugoran, was aus einem Tausch kam. Es war kein vier Sterne, also kein hundertprozentiges dabei. Versucht nicht jedes während des Seedays zu bewerten. Spielt den Seeday. Und wenn ihr fertig seid, gebt vier Sterne ein. Also vier und Sternchen. Dann seht ihr ja, ob ein hundertprozentiges dabei war. Haben wir ein XL bekommen? Haben wir was anderes? Wir können erstmal XXS eingeben. Da ist nichts. Da ist ein kleiner Is-Wo. Also ein Shiny-Schlup. Haben wir XL. Da haben wir ein Voltilarm. Hier ist ein Quacks in XL. Hier ist ein Voltilarm in XL. Das ist 0,81 Meter groß. Haben wir aber auch ein XXL. Da geben wir nämlich noch ein X zusätzlich ein und sehen, wir haben zwei XXL-Voltilarm. Wir haben ein XL und wir haben zwei XXL. Das heißt, wir haben drei große Fette. Das wäre richtig cool gewesen. Ich habe sogar hier ein XXL-Tragoran. Guck mal, wie groß das ist. Das hängt ja aus dem Bild raus. Also, hätte es Voltilarm-Showcases gegeben, hätte das mega gut gepasst. Guckt, wie fett das hier ist. 0,97. Das hier ist 0,98. Das ist das Größte. Das durchentwickeln. Mal zu einem Ampharos. Mit Attacke. Eigentlich ist es egal, ob das groß oder klein ist. Aber wir lassen es einfach so. Es wird wahrscheinlich eh weggeschmissen. Wir können auch mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich habe auch noch keine verschickt. Wenn wir Voltilarm und Alter 0 eingeben, seht ihr, dass ich heute 151 Voltilarm gefangen habe. Die erste halbe Stunde vom C-Day musste ich gefühlt ja mit dem Gottscha spielen. Weil die ganzen Levelaufstiege durchgelaufen sind und die Animationen mussten angezeigt werden, dass ich die Punkte kriege. Deswegen hat das Gottscha im Hintergrund gefangen. Das hat sicherlich auch einige fliehen lassen, flüchten lassen. Die letzte halbe Stunde konnte ich dann nur per Hand spielen. Wer den Stream gesehen hat, wir haben ja von 14 bis 15 Uhr gestreamt auf YouTube. Das könnt ihr nachträglich auch bei Livestream euch nochmal angucken. Wenn euch das interessiert, sind es dann 151 Stück geworden. Ich habe sogar eine Mega-Entwicklung diesmal angehabt. Das kleinste hier ist WP10. Das größte, was wir hier haben, ist dann 782. Und komm, ich entwickle das jetzt trotzdem einfach mal durch. Ich glaube, ich habe nämlich gar keine Elektroangreifer. Wir entwickeln das einfach jetzt nochmal fix durch, dass wir noch einen Ampharos mit Elektro vielleicht, also als Elektroangreifer nutzen können. Muss ich mich beeilen. Vor allem ist gleich 17 Uhr. Obwohl die Event-Tage geht ja glaube ich sowieso noch bis 19 Uhr oder so. Können die das verlängern? Ist das bei denen auch so mit den Vierer-Rates-Dingern? Ich habe noch nie einen Vierer-Rate gemacht vom C-Day. Deswegen weiß ich gar nicht. Ist egal. Das sieht lustig aus. Das ist gelb. Das ist mit Elektro dran. Das gefällt mir so. Level-Ups. Die ganzen, es hat eigentlich relativ gut geklappt. Von 14 Uhr bis 15, äh, von 14 Uhr bis 14.15 Uhr kamen so viele Level-Ups rein von Hyperfreunden. Bisa-Fan-Enso war der Erste als Superfreund. Dann kamen ganz viele Hyperfreunde hinterher. Dann bin ich rein, 14.20 Uhr. Habe geguckt, wer nicht geöffnet hat und habe die geöffnet. Da kam nochmal eine Welle an Aufstiegen dazu. Es sind leider bestimmt fünf, sechs, acht Leute gewesen, die ein Geschenk haben, von denen ich aber kein Geschenk habe, die heute zum C-Day aufsteigen würden, die aber nicht geöffnet haben. Wenn die natürlich jetzt die nächsten Tage irgendwann einfach wahllos aufreisen, dann schmeiße ich die alle raus, dass die sich vielleicht melden und fragen, wieso hast du mich rausgeschmissen? Ich sage, ja, hier, C-Day, Level-Up. Und dann sagt er, ach so, ja, bei beste Freunde achte ich drauf und dann könnt ihr euch vielleicht wieder mit denen verbinden oder so. Mal gucken, wer sich gar nicht meldet. Naja, dem ist wahrscheinlich das eh alles scheißegal, deswegen muss es nicht sein. Ansonsten hat das gut funktioniert. Ich habe es mal zusammengerechnet. Ich habe in den Stream nachträglich kurz nochmal reingespult. Es waren über 10 Millionen Erfahrungspunkte, die ich heute durch die Level-Ups gemacht habe. Danke da an jeden, der immer schön mitlevelt und der auch wirklich geduldig ist und wartet auf den C-Day, dass wir gemeinsam zum C-Day am Start 14 Uhr ein Glückseril anmachen und gemeinsam leveln. Das ist, da geht es nicht um mich, da geht es um alle. Es gibt viele, die brauchen die Erfahrungspunkte, die haben ein niedriges Level und die freuen sich, wenn ihr da Rücksicht nehmt und wirklich am C-Day gemeinsam levelt und wenn euch die Erfahrungspunkte sowieso egal sind, dann holt die doch nicht einfach vorm C-Day eine Stunde ab ohne Ei und sagt, ist uns doch egal. Dann denkt doch erst recht an die anderen. Wenn es euch egal ist, dann überlasst doch den anderen einfach die Wahl und gebt dem ein Geschenk, dass der selber öffnen kann, wenn er die braucht und möchte. Seid so fair. Ansonsten weiß ich nicht, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich nix. Also wir haben XL, XS, alles abgecheckt, Chinese, Sterne, sonst was. Jetzt ist ein Ferguri noch zurückgekommen, Showcase sitze ich noch, aber kann ich jetzt nicht auswerten. Wir haben heute mega Entwicklungen dran gehabt, 10 Millionen Erfahrungspunkte gemacht, viele Leute aufgestiegen und das Wetter hat auch gepasst. Die letzten zwei Sea-Days hat es halt übelst geregnet die ganze Zeit. Es war richtig bescheuert diesmal. Es war trocken. Erst als wir fertig waren, 15 Uhr, kam ein kleiner Schneeregen, da war aber auch relativ schnell wieder vorbei dann. Aber da waren wir eh schon fertig. Aber ansonsten hat man gemütlich eine Stunde spazieren. Das Muttertier hat ja den Kinderwagen geschoben und wir haben dann unsere Challenge gemacht, 14 bis 15 Uhr. War okay, war entspannt. Der nächste Sea-Day ist ja dann im Dezember, ich glaube 16er und 17er oder so. Oder 15er und 16er. Also der Super Sea-Day mit dem Best-of vom ganzen Jahr. Das wären dann zwei Tage. Mal gucken, was ich da für Ziele habe. Wahrscheinlich gar keine. Und was sie da mit Showcases machen. Die können ja nicht einfach 20 verschiedene Pokémon Showcases packen. Am besten sie machen wieder Schicki. Da kann man jetzt schon mal sammeln. Das war es jetzt ansonsten von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Schreibt mal eure Ausbeute unten rein. Wart ihr erfolgreich? Wie habt ihr gespielt? Hat es Spaß gemacht? Ich fand es gut. Die Erfahrungspunkte, das Leveln. Jetzt habe ich ganz viele Voltilam, die ich für die Entwicklungsmedaille so ein bisschen nebenbei heute beim Wrestling oder so immer nebenbei entwickeln kann. Genauso wie hier das. Das muss ich fangen. Das kann ich nämlich dann auch entwickeln. Dieses Radfratz. Einfach fabelhaft. Heute Abend, wie gesagt, noch Premiere 20 Uhr. Morgen noch mal Premiere 20 Uhr. Da kommt dann der Danakel Hotchip mit 9 Millionen. Macht das nicht nach. Wenn ihr keine Schärfe abkönnt, überlasst das halt den Leuten, die sich halt so ein bisschen sich damit beschäftigen. Ansonsten Ausbeute reinschreiben. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ciao. Ciao.